Diese Porträts ziehen wohl jeden sofort in ihren Bann. Intensiv, voller Ausdruck. Edgar Markosian ist Geflüchteter aus Armenien, seit knapp zwei Jahren in Deutschland. Die Bilder des 23-Jährigen spiegeln vieles wieder, was er bereits erlebt hat. Gezeichnet hat er sie alle mit Kugelschreibern. Der Detailreichtum und die Farbnuancen sind beeindruckend. Seine Technik hat Markosian schnell immer weiter verfeinert, freut sich über die oft erstaunten Reaktionen des Publikums. Es gibt viele Leute, die denken, das ist im Computer gemacht, weil die Textur ist ein bisschen glatt. Aber wenn ich sage, nein, das ist mit Kugelschreiber gemacht, in zwei, drei Monaten, die Leute wundern sich sehr. Durch das Zeichnen mit Kugelschreiber entsteht eine leicht glänzende Textur der Oberfläche. Das gefällt dem jungen Künstler. Die Stifte sind preisgünstig und passen in jede Jackentasche. So kann und konnte Markosian immer und überall spontan zeichnen, auch während seines Militärdienstes in Armenien. Das habe ich auch beim Militärdienst gezeichnet. Das ist unser militärischer Chirurg. Er ist so ungefähr 72 Jahre alt schon. Und er war für uns wie ein Adler. Er hat von niemandem Angst. Und er hat auch von Krieg keine Angst. Er ist so eine sehr starke Person. Und er hat, ich denke, sehr, sehr viele Leute geholfen beim Krieg. So 300 oder 400 Menschen. Ja, und alles kostenlos. In der Kirche in Altenholz gibt es regelmäßig ein sogenanntes Café International. Ein Ort des Austauschs zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Ingrid Heller kam hier mit dem jungen Armenier ins Gespräch. Die Chemie stimmte und so entschloss sich die engagierte Schilgsäherin, den jungen Mann nach Kräften zu unterstützen. Da bin ich ganz schnell auf die Idee gekommen und habe zu ihm gesagt, du musst zur Kunsthochschule. Die Muthesius-Schule ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Ich habe dort angerufen, um einen Termin gebeten. Und dann sind wir zusammen zur Muthesius-Schule gegangen. Und ich habe gemerkt, dass die Dame an der Muthesius-Schule sofort irgendwie einen Eindruck hatte, dass dieser junge Mann was kann. Nach Vorlage seiner Skizzenbücher wurde der Nachwuchskünstler umgehend zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Kurz darauf konnte er sich schon einschreiben. An der Kieler Kunsthochschule soll das Talent der Studierenden gefördert, die künstlerische Persönlichkeit gestärkt werden. Seine Art von Kunst hat eine hohe Akribie, eine Geduld, eine Detailgenauigkeit, die fast schon anachronistisch zu dieser Zeit ist, wo alle immer irgendwie schnell, schnell irgendwas machen, hin-switchen, weg-switchen, keine Aufmerksamkeitsspanne haben. Und da setzt Edgar ganz andere neue Akzente. Edgar Markosians Lebenstraum ist es, eines Tages international anerkannter Künstler zu werden, auf der ganzen Welt auszustellen. Der Grundstein für seine Karriere ist möglicherweise gerade in Kiel gelegt worden.